Mein Name ist Armin Unterweger und seit letztem Schuljahr bin ich Europa-Botschafter des Borgdeutsch-Lanzberg. Herr Dr. Kogler, der Klassenvorstand der 7c-Klasse, hat mich für dieses Amt nominiert und ich habe es gerne angenommen. Zu meinen Kernaufgaben zählt das Informieren meiner Schulkollegen über die Europäische Union und welche Vorteile wir durch die EU erfahren. In regelmäßigen Abständen werden die Europa-Botschafter zu Workshops in Wien geladen, ins Haus der Europäischen Union. Dort wurden wir von Abgeordneten des Europäischen Parlaments über aktuelle politische Themen informiert und durften mit ihnen Interviews führen. Meiner Meinung nach besonders wichtig ist, dass Jugendliche über alle Möglichkeiten informiert werden, die sie durch die Europäische Union haben. Der wahrscheinlich größte Vorteil, den Jugendliche durch die Europäische Union haben, ist das EURASMUS-Programm. Und ich hoffe auch, dass ich in Zukunft die Möglichkeit habe, mit diesem Programm einen Aufenthalt in England zu machen. Und ich hoffe, dass wir mit unserem Programm DKC minerない die guten Aussprache verantwortlich machen können. Und wir hatten eine visions therapy, die wir sehen, wie bei dem Raum nahe. Und wir die Menschen BYkryr componenten sind in England. fangen wir von эпizierungen auf den Linken zu verpassen. Und wir wissen, dass ich die Bild-Arplexe in England und wir glauben können unternehmen können.